Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan um die Welt. Alles begann mit einer großen Tour durch Asien. Wir sind über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Dabei haben wir Länder wie Iran, Turkmenistan, Pakistan, Indien und Nepal durchquert. Alles mit diesem Fiat Ducato. Ohne Allrad oder Höherlegung. In Thailand steckten wir dann wegen Corona sechs Monate fest. Nach langer Überlegung haben wir unseren Van schließlich in einem Container von Bangkok aus zurück nach Deutschland verschifft und unsere Reise in Europa weitergeführt. Denn auch hier gibt es wahnsinnig viel zu erkunden. Inzwischen sind wir seit fast vier Jahren unterwegs und über 100.000 Kilometer in mehr als 40 Ländern gefahren. Begleitet uns gerne auf unseren kommenden Abenteuern. Sowohl auf YouTube als auch auf Instagram.